Hallo Leute, heute wollen wir uns die Seite LTC-Miner genauer anschauen. Ja, wir machen jetzt heute einen Scam-Check. Ja, Scam-Checks habe ich schon des Öfteren gemacht. Das wird jetzt auch mal wieder etwas öfter vorkommen, weil mich immer wieder Anfragen von euch erreichen, wo ihr mich fragt, was hältst du von der und der Seite. Sehr oft handelt es sich dabei um Scam. Heute wollen wir uns mal anschauen, ist das eine Scam-Seite, ja oder nein. Ich analysiere die Seite, ich schaue mir an, wie wollen die eigentlich ihr Geld verdienen oder wie geben die vor, ihr Geld zu verdienen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch zahlreiche Vorschläge, wo ihr sagt, da wüsste ich wirklich gerne mal, ob die mich scammen könnten oder nicht, dann schreibt mir das unbedingt mal, packt das gerne auch ins Forum, natürlich ohne Rev-Link und dann seht ihr wahrscheinlich auch schon euer Thema im nächsten Video. Ja, wie gesagt, heute geht es um LTC-Miner.com. Die geben vor, dass man 100.000 Leitoshi am Tag umsonst verdienen kann und das ganz ohne Investment. Jetzt ist die Frage, was muss man dafür tun, funktioniert das überhaupt, zahlen die überhaupt aus und wie ist das Konzept dahinter. Nächster Punkt, ihr könnt, wenn ihr 10 Litecoin investiert, 15 Litecoin an einem Tag verdienen. Ganz ehrlich, das klingt doch schon nach Scam. Trotzdem habe ich heute in diesem Video eine große Überraschung für euch. Mal schauen, wie die ganze Sache ausgeht. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Ja, an dieser Stelle geht jetzt nochmal ein Paid-Shoutout an Bitwalla. Bitwalla ist eine deutsche Firma, wo ihr ein Bankkonto machen könnt, ein deutsches Bankkonto, wo ihr schnell und einfach Bitcoin und Ether verkaufen könnt. Es gibt immer noch die Bonus-Aktion, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet, erhaltet ihr 20 Euro für euren ersten Trade bei Bitwalla. Die Aktion geht noch so lange, wie die Shoutouts hier an der Stelle laufen. Ihr erhaltet das dann 10 Werktage nach dem Trade und könnt über die 20 Euro frei verfügen. Die einzige Voraussetzung dafür, dass ihr das bekommt, ist, dass ihr euch über den Link anmeldet und dass ihr ein einziges Mal tradet. Ja, jetzt möchte ich wie immer auf die Jumpcoin-Aktion hinweisen, wo ihr ein Jumpcoin mit eurem Kommentar verdienen könnt. Postet einfach eure Jumpcoin-Adresse in die Kommentare und ihr erhaltet bis nächste Woche einen Jumpcoin. Wie immer gibt es ein Coin pro Person, pro Kommentar. Die Aktion geht wie immer eine Woche. Jetzt möchte ich noch auf meinen Library-Channel hinweisen, die dezentrale YouTube-Alternative. Abonniert mich auch gerne dort, damit ich ein Backup für meinen YouTube-Kanal habe. Das macht Library aus, weil sie dezentral und zensurfrei ist. Also, auf Library könnt ihr noch meine Videos schauen, selbst wenn YouTube mich irgendwann mal sperren sollte. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Thema rein. Ja, wir sind jetzt auch schon auf der Seite ltcminer.com. So, ich erkläre euch erstmal das Prinzip, wie hier Geld verdient werden soll und wie ihr daraus Litecoin verdienen sollt. Also, es gibt einmal die Version 1.0, den Free Miner. Damit sollt ihr 100.000 Lite Hoshi am Tag verdienen und das vollkommen umsonst. Und wenn ihr jetzt mal weiter schaut, hier gibt es natürlich noch Paid-Methoden, wo ihr mehr investiert. In der Premium-Version sollt ihr sogar 10 Litecoin investieren und bekommt dafür 15 am Tag. Angeblich soll damit gemeint werden, aber, ja, der echte Kenner wird jetzt auf jeden Fall schon einen Scam erkennen. Ich meine, wie soll das funktionieren, dass ihr 10 Litecoin investiert, einen Tag wartet und auf einmal habt ihr 15 und das auf einmal jeden Tag, also darauf den Tag müsst ihr ja nichts mehr investieren, habt dann wieder 15 Litecoin. Wie soll das durch Mining funktionieren? Das entbehrt jeglicher Realität. Das kann also eigentlich gar nicht funktionieren und an der Stelle wird schon klar, hier wird gar nicht gemeint, sondern das ist eigentlich eine, ja, Scam-Seite kann man direkt auch schon sagen. Ja, hier gibt es auch noch ein FAQ-Feld dazu, hier gibt es noch ein Affiliate-Programm, hier sollen also noch mehr Leute hereingeworben werden. Wir können hier auch noch den Betreiber der Seite kontaktieren und wir können uns auch anzeigen lassen, was hier schon ausgezahlt worden ist. Das soll natürlich Vertrauen schaffen. Da sehen wir ganz viele Leute mit einem Free-Account, die hier auch schon einiges ausgezahlt bekommen haben sollen. So, das war jetzt aber noch nicht Anlass genug, für mich dieses Video an der Stelle zu beenden. Ich habe es natürlich mal für euch getestet. Mit der Free-Variante, weil ich dachte, hm, eigentlich kann man da ja nichts verlieren. Ich meine, ich investiere nichts und soll 100.000 Daitoshi am Tag for free bekommen und das einfach so. Ich logge mich jetzt mal in den Account ein. Das ist meine Litecoin-Adresse. Ihr seht, Version 1.0, das ist die Free-Version. Und wir klicken jetzt hier mal auf Start Mining. Jetzt sehen wir hier, ich muss einmal einen Captcha lösen. Den mache ich jetzt mal fix, dass ich mich hier einloggen kann. Okay, hat natürlich jetzt nicht geklappt. Versuchen wir glatt nochmal. So, jetzt werde ich auch schon eingeloggt. Und jetzt sehen wir hier, ich habe über 400.000 Laitoshi schon in dem Account und das mit einem Free-Account. So, und wenn wir jetzt mal in Withdraw gehen, dann sehen wir, hm, okay, 25.000. Wir können die Zahl jetzt hier auch hochdrehen. Ich kann jetzt mal sagen, ich will 300.000 auszahlen. Dann steht jetzt hier schon, mit dem Free-Account kann ich maximal einmal am Tag auszahlen. und zusätzlich kann ich auch nur 25.000 Laitoshi am Tag auszahlen. Deswegen sammelt sich das hier im Moment auf diesem Account, weil das alles einfach Geld ist, was ich nicht so wirklich auszahlen kann. Wir gehen jetzt mal in den Account rein und da könnt ihr sehen, hier sind auch schon Auszahlungen gemacht worden. Man kann das hier jeden Tag einmal ausführen, einmal am Tag 25.000 Laitoshi. Wenn ihr euch das hier mal mit meiner Adresse anschaut, könnt ihr auch nachverfolgen, dass das tatsächlich ausgezahlt worden ist. Und das war für mich die große Überraschung. Wie kann man ohne ein Investment auf so einer Scam-Seite überhaupt irgendwas verdienen? Und dann ist klar, früher hat das vielleicht so geklappt, dass man dann den Leuten gesagt hat, wenn du jetzt gar nichts investierst, bekommst du auch gar nichts. Und was hier gemacht wird, ist, dass man die Leute lockt, indem man sagt, okay, du hast doch schon was bekommen, es funktioniert. Also warum sollst du jetzt nicht investieren? Das ist so ziemlich das, was die Seite eigentlich damit verfolgt. Sie will einen immer irgendwie dazu drängen, dass man hier Upgrades fährt, damit man ja jetzt hier deutlich mehr verdient. Aber dazu muss man jetzt investieren und deutlich mehr investieren, als man hier letzten Endes verdient hat und sich hat auszahlen lassen. So funktioniert dieses Schneeballsystem, nur damit ihr das einmal verstanden habt. Ich kann euch jetzt dazu auch noch mal ein paar Reviews zeigen. Wir sind jetzt hier auf Trustpilot.com. Könnt ihr auch alles im Internet nachlesen, wenn ihr einfach mal nach LTC meiner Reviews oder sowas schaut. Und dann seht ihr hier, dass eben auch Leute dann hingegangen sind und haben gesagt, hm, ja, ich habe mir jetzt hier zehnmal was auszahlen lassen über den Free Account. Und dann hieß es, entweder ich soll 30 Tage jetzt warten auf einmal. Vorher hieß es, jeden Tag kann ich was auszahlen. Danach soll ich auf einmal 30 Tage warten oder ich upgrade hier auf 1.1 oder am besten sogar direkt noch höher. Und er sagte, er hätte das dann gemacht und hat 800 Dollar verloren. Also wahrscheinlich wird das Ganze hier nur zehnmal funktionieren. Ich bin jetzt bei Nummer 5. Ich kann das nochmal durchprobieren für euch, ob das wirklich mit den zehnmal klappt. Aber ihr müsst es mal von der anderen Seite betrachten. Letzten Endes wird das alles Geld sein, was irgendwer anders auf dieser Seite durch den Scam letzten Endes verloren hat. Deswegen werde ich auch auf gar keinen Fall einen Rev-Link in die Beschreibung packen, weil ich möchte euch nicht dazu animieren, dass ihr hier an der Stelle überhaupt irgendwas investiert oder die Seite nutzt. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr könnt das mit eurem Gewissen vereinbaren, dass ihr hier 25.000 Leitoshi jeden Tag abgreift und ihr damit leben könnt, dass das möglicherweise jemand anderes verloren hat, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Das bleibt vollkommen euch überlassen. Ich wollte euch nur sagen, was das hier für Konsequenzen hat, wo das Geld eben auch herkommt. Ja, es gibt kein wirkliches Geschäftskonzept, es sei denn, ihr würdet ein Schneeballsystem als Geschäftskonzept bezeichnen. Hier unter dem Dach des Minings wird hier eine Menge verkauft, aber letzten Endes ist das einfach ein Schneeballsystem. Für Mining wären auch die Erträge viel zu hoch, das sieht selbst der Laie. Der sagt, er investiert 10 Litecoin, hat am nächsten Tag auf einmal 15. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo kriegt man an einem Tag eine Rendite von über 100 Prozent? Ihr könnt euch denken, dass das nicht realistisch ist. Ja, mein Fazit jetzt letzten Endes zu der Seite. Ihr müsst hier, wenn ihr das machen wollt, einfach nach Moral entscheiden. Wenn ihr sagt, Moral ist mir egal, könnt ihr es natürlich trotzdem machen, ist komplett euer Ding. Es funktioniert noch, die Auszahlungen gehen noch durch. Erst heute ist eine durchgegangen. Ich wollte das wirklich auch noch ein paar Mal testen, sodass ihr auf jeden Fall nachvollziehen könnt, dass das hier auch öfter als einmal funktioniert. Ich betone dieses, es funktioniert noch, weil wie bei jedem Scam, irgendwann geht letzten Endes gar nichts mehr, wenn das wie ein Schneeballsystem aufgebaut ist. Also letzten Endes kann die Seite auch theoretisch morgen schon wieder zu sein. Rechnet einfach mal damit, wenn ihr das Video in einem halben Jahr seht, kann es durchaus sein, dass es die Seite nicht mal mehr gibt. Ja Leute, das war es heute mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder zugesehen habt. Jetzt würde mich wie immer eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren interessieren. Hättet ihr jetzt das gedacht, dass das bei rauskommt, was ich euch in dem Video gezeigt habe, oder hättet ihr gedacht, nee, niemals, das kann nicht funktionieren. Was haltet ihr generell von der Seite? Teilt ihr meine Einschätzung oder seht ihr das grundlegend anders? Werdet ihr denn jetzt die Seite in Zukunft nutzen oder sagt ihr, nee, das ist mir zu unmoralisch, das zu benutzen? Auch das ist eine vollkommen annehmbare Meinung. Schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Jetzt würde ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben freuen. Ihr wisst, sehr, sehr wichtig für das Video, damit es mehr Leute sehen. Außerdem, wenn ihr noch nicht mal ein Abonnent seid, drückt auch sehr, sehr gerne auf Abonnieren. Aktiviert dazu auch gerne die Glocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Samstag. Und wir sehen uns gleich morgen um 18 Uhr wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dann und ciao. Ciao.